Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Guten Morgen Trader. Heute ist Freitag, fünfter Handelstag der Woche. Wir machen wie immer die Besprechung der Handelsideen für den heutigen Tag und dann natürlich die große Chart-Rundumschau. Wir schauen auf die Nachrichten der kommenden Woche und im zweiten Teil habe ich heute wie angekündigt live den Dirk Hilger hier dabei, der mal zumindest an dieser Stelle einen ersten Einblick in die Neuerungen der Version 2.5. Wir haben vorhin gerade auch besprochen, dass es möglicherweise noch ein zweites Webinar dazu geben wird, wo wir ausführlich auch auf andere Funktionen eingehen. Aber die Highlights wird er uns heute hier an dieser Stelle auch mit präsentieren. Wir schauen natürlich, wie ich das angekündigt hatte, auch in der kleinen Vorab-Info vorher heute auf den DAO, auf den DAX und das Währungspaar Euro, Schweizer Franken ist auch interessant. Bevor wir in die Werte reingehen, wie immer natürlich der Risikohinweis, den bitte ich wie immer auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und natürlich wie immer auch an dieser Stelle darf ich nicht vergessen, danke für die vielen Live-Zuschauer an dieser Stelle und die Einladung herauszugeben. Wer mag, bitte Fragen direkt in die Chats hinein, dann kann ich das direkt auch im Live-Webinar mit beantworten. Das also zur kleinen Vorbereitung und wir machen jetzt weiter mit den Tagesnachrichten. Bitte hier in der Präsentation jetzt nicht wundern, da steht noch von gestern, dass drinnen heute gibt es so viel, dass wir das direkt mal im Wirtschaftskalender machen. Ich nutze dazu gerne den Wirtschaftskalender von investing.com. Kurzen Augenblick, den ziehe ich einfach mal eben hier rüber aufs Bild. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an für den heutigen Tag. Ich muss nur mal den Filter noch umstellen, dass wir alles bekommen, was wir hier brauchen. Und dann muss ich die Schweiz noch mit reinnehmen, weil wir haben ja heute das Währungskürzel der Schweiz mit drinnen. Heißt also an dieser Stelle, wir schauen uns jetzt mal das Ganze hier so an. Da sieht man auch mal, wie ich das morgens immer mache. Also was steht heute an dieser Stelle an? Wir haben aus Japan schon Nachrichten bekommen, die waren ein bisschen gemischt. Aber das Ganze hier an dieser Stelle, die Daten sind raus. Verbraucherpreise sind etwas gesunken, das an dieser Stelle. Aber die Industrieproduktion für den Monat Juli, die ist überraschenderweise gut angestiegen. Das ist doch mal ein positives Zeichen, während die Einzelhandelsumsätze hier deutlich zurückgegangen sind. Machen wir hier entsprechend auch mal weiter, was wir heute bekommen, die Einzelhandelsumsätze in Deutschland. Die sind schon durch, die haben wir um 8 Uhr morgens bekommen. Wir sehen es, es ist ein deutlicher Rückgang, minus 2,2 Prozent. Das ist keine so schöne Sache. Und da sehen wir auch mal wieder, dass eine Konjunkturlaune, die gut ist, nicht immer auch gleich dazu führen muss, dass wir hier steigende Handelsumsätze haben. Was bekommen wir noch am heutigen Tage? Hier um 11 Uhr den Verbraucherpreisindex in der Eurozone und die Arbeitslosenquote am Nachmittag aus den USA. Dann hier die PCE-Kernrate, das heißt, das ist der Preisindex, den wir bekommen. Wir bekommen Informationen über die persönlichen Ausgaben für den Monat Juli. Und dann bekommen wir aus Kanada, Kanada heute mal mit drinnen, weil wir ja auch das Währungspaar immer mal wieder mit besprechen. Da gibt es das BIP um 14.30 Uhr. Das sind also wichtige Informationen und den Rohstoffpreisindex für den Monat Juli. Und dann geht es weiter in den USA oder mit den USA. Um 14.45 Uhr gibt es den Chicago Einkaufsmanagerindex. Wir bekommen die Konsumentenerwartungen der Uni Michigan. Und das sind wichtige Informationen hier und dann am Abend natürlich wie jede Woche Freitag die entsprechenden COT-Reports. Das ist also mal der Blick in die aktuellen Handelsgeschehnisse für heute. Und dann machen wir an der Stelle selbstverständlich auch noch die nächste Woche. Montag starten wir hier mitten im Feiertag in Kanada und den USA. Das ist jedes Jahr so Tag der Arbeit. Da sind dort die Märkte geschlossen. Weiter geht es dann am Montag. Aus China bekommen wir einen Einkaufsmanagerindex. Gleiches hier bei uns in Deutschland. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Aus Großbritannien bekommen wir am Montag ebenfalls den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Dienstag geht es weiter in Großbritannien mit dem Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe. Und aus den USA bekommen wir den ISM-Einkaufsmanagerindex. Also sehr, sehr viele Einkaufsmanagerindex hier in der nächsten Woche. Wir machen Mittwoch weiter auch mit Einkaufsmanagerindex. Und zwar hier aus Großbritannien. Das Ganze als Gesamtindex und für die Dienstleistung. Und dann kriegen wir aus Kanada die Zinsentscheidung der Bank of Canada. Das bis Mittwoch. Machen wir weiter. Am Donnerstag gibt es dann aus den USA die ATP-Beschäftigungsänderungen und den ISM-Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistung. Und nachgeliefert das Ganze hier die Rohöl-Lagerbestände. Das Ganze etwas später hier um 17 Uhr. Und am Freitag da ist mal wieder Non-Farm-Payroll-Time. Das heißt, wir bekommen hier die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die Arbeitslosenquote aus den USA. Und Kanada schließt sich hier in diesen Reigen auch mit an. Da bekommen wir Informationen über die Veränderung der Erwerbstätigenzahl. Das also hier an dieser Stelle sehr schön zu sehen. Und ich bekomme auch in der Zeit auch viele Guten-Morgen-Grüßen rein. Freue ich mich drüber. Das Ganze sehr schön und gerne auch zurück. Damit wären die Nachrichten zumindest schon mal durchgesprochen. Und wir gehen direkt jetzt weiter in die Nachrichten zu den Charts hinein. Das heißt, wir schauen jetzt mal in die Handelsideen für heute. Wir haben es gesehen und gehört in den letzten Tagen in den USA. Da war das Thema Zinsen, inverse Zinskurve ja immer wieder eine Rede. Und hier möchte ich an dieser Stelle mal einen deutschen Vertreter der Zinsen raussuchen. Und zwar hier den Euro-Bobble. Also den FGBM, das sind die mittelfristig laufenden Zinsen. Die Zinsen für viereinhalb bis fünf Jahre in diesem Bereich hier bei uns. Und wenn wir uns diesen Chart mal anschauen, dann sehen wir eine sehr, sehr schöne Aufwärtsdynamik hier am Laufen. Und ein interessantes Muster, was wir haben. Wir sehen es hier. Der Markt ist sehr, sehr schön nach oben angestiegen. Hat dann korrigiert. Das Korrektortief haben wir hier unten gefunden. Um die 135.650. Und aktuell steht der Markt hier oben kurz unter dem Hoch, was er hier drüben geschrieben hat. Im August, Mitte August. Das heißt, hier oben ist das Trend hoch. Und wenn der Markt hier drüber springt, dann riecht das nach einer Trendfortsetzung. Schaut es euch an. Das hatten wir hier drüben auch. Da hatten wir die Korrektur unten drunter. Und danach ging der Markt stark nach oben. Wenn, wie sich das Ganze jetzt aussortieren wird, das wissen wir natürlich nicht. Wir haben es ja auch hier drüben im Juno auch gesehen. Wir liefen leicht ran. Dann nochmal eine kurze Kontraktion nach unten. Und dann lief es nochmal ran. Kurz gewartet. Und dann der starke Move nach oben. Das kann hier an dieser Stelle natürlich auch immer passieren. Das heißt, der Markt, wie er jetzt an dieser Stelle steht, ist hochinteressant. Weil wir an dieser Stelle natürlich hier das Abreißszenario auf der Uhr haben können. Da, für diesen Falle, sind die naheliegenden Tageslows natürlich wichtig. Das ist auch das, was wir in den Swings der Stunde sehen. Das sind hier unten kurzfristig mal die Marker von 135,940. Beziehungsweise hier unten die 135,880. Und natürlich auch das Support hier unten am Zwischentief bei 135,650. Geht es oben drüber, dann stellt sich natürlich die Frage, wie weit kann der Markt laufen. Das ist natürlich etwas, das kann man nicht so einfach aus dem Handgelenk rauszaubern. Weil wir sind hier oben im Allzeithoch. Da gibt es in der Historie nichts, an dem wir uns interessiert orientieren können. Das heißt, da arbeiten wir beispielsweise mit Dingen wie dem Measured Move. Und wenn man da mal einfach schaut, wir haben jetzt aktuell das Potenzial unten raus in etwa hier liegen. Das heißt, wir messen einfach mal vom Hoch bis zum aktuellen Korrektur tief. Und wenn der Markt direkt jetzt oben rausgehen sollte, dann haben wir doch die Chancen hier. Ich klemm es mal oben drauf. 136,8,6 haben wir da auf der Uhr. Was direkt am Potenzial mal aus dem Measured Move mit rauskommen kann. Man kann natürlich auch mit den Fibonacci Levels arbeiten. Da gibt es viele Dinge, die man machen kann. Aber es ist auf alle Fälle Potenzial da, auch auf der Oberseite. Und es schaut ja aktuell nicht so aus, als wenn die Zinsen hier in Europa steigen könnten. Das heißt, das wird auch keinen Impact auf die Reduzierung haben. Von der Seite her ist da eher mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends hier auf der Zinsseite auch zu rechnen. Das Ganze hier. Also war der Markt hier an dieser Stelle im Marktauftrieb. Schön den Aufwärtstrend fortgesetzt. Die Chance haben wir jetzt an dieser Stelle natürlich auch. Gut, das wäre es also zum Euro-Bubble an dieser Stelle. Und wir machen mal weiter mit der Währungsseite. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf den Euro-Schweizer-Franken. Den habe ich hier an dieser Stelle vorbereitet. Und da blicken wir mal in den Chart. Und zwar erst mal, bevor wir den Tagesschart beleuchten, gucken wir uns das Ganze mal in dem Chart der Woche an. Hier haben wir nämlich drinnen stehen, der Wochenchart ist da. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz, hier fehlt gerade wieder etwas an Zeichenmaterial. Hier fehlen ein paar Linien. Das passiert manchmal hier im Metatrader. Also wir haben jetzt hier ganz stark den Markt sozusagen nach unten laufen. Das heißt, der Abwärtstrend ist hier weiter auch intakt. Und wir sehen den Markt aktuell hier unten an einem Widerstand. Nein, entschuldigt bitte, an einer Unterstützung unten stehen. Und hier an dieser Unterstützung kommt noch eine zweite. Das heißt, das ist ein Unterstützungsband am aktuellen Low bei 1,08, 3,50. Und etwas unten drunter haben wir schon auch eine psychologisch wichtige Marke, die 1,08. Beziehungsweise das ist auch der Bereich, als dieses Level hier unten rausgenommen wird, auch mit diesem starken Gap. Das ist definitiv etwas mit Marktbeachtung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was müssen wir denn hier konstatieren? Zwei Dinge. Sollten wir tatsächlich unten drunter brechen, das ist etwas für das Mittelfristige, dann wäre es interessant, erst einmal zu sehen, was passiert an der 1,08. Und wenn diese Marke nicht hält, dann ist Nummer 1 das Thema Gap Close hier eine Rolle und Nummer 2 die Unterstützung hier unten an der Marke bei 1,063. Das ist das Potenzial, was wir im Wochenchart nach unten hin mit sehen. Und wenn wir uns jetzt den Wochenchart mal anschauen, dann sehen wir hier oben auch zwei Markierungen, die ich reingemacht habe. Und die erste Markierung hier, leichtes Widerstandslevel bei der Marke 1,0927. Und das schauen wir uns jetzt mal im Tagesschart an, weil das eine interessante Range ist, die wir hier aktuell liegen haben. Wir sehen es, seitdem der Markt das Tief hier unten reingegeben hat, ist er hochgelaufen und kommt nicht wirklich drüber über die 1,0927, also knapp dieses Level 1,093. Da kommt er nicht drüber raus. Das heißt, hier hat es sich im kurzfristigen Trading immer mal für gut erwiesen, von oben nach unten oder von unten nach oben zu traden. Und das ist jetzt natürlich die interessante Marke. Nummer 1 in Range Trading spielt für den kurzfristigen Trader immer wieder eine Rolle. Nummer 2 schafft es der Markt tatsächlich oben drüber, dann könnte es hier eine aufwärtsbewegung geben, das heißt eine, sag ich mal, Fortsetzung der korrektiven Phase. Und da haben wir Anlaufpunkte stehen oben drinnen. Wir sehen es ja hier, das letzte Zwischenhoch, was wir hier aus Trendsicht hatten, die 1,10,6,2. Ich schiebe hier mal kurz noch den Markt mit rein, beziehungsweise die entsprechenden Linien mit rein. Hier kurz einen Augenblick, dass wir das mit haben. Also das ist mal der Trend, den wir hier an dieser Stelle auch besprechen. Und das ist die Marke hier oben. Da haben wir das letzte Korrekturhoch liegen. Und das ist natürlich immer wieder interessant. Das ist wieder wichtig. Und an dieser Stelle ist das jetzt mal rein, die charttechnische Situation, die wir hier beleuchtet haben. Der Andreas schreibt uns gerade, was wir hier auch aus Nachrichtenseite mit besprechen, beziehungsweise im Auge behalten sollten. Die Schweizer Notenbank, die interveniert wieder. Das heißt, an dieser Stelle hat man halt auch die großen Big Player hier an dieser Stelle mit drinnen. Und wenn so eine Nationalbank interveniert, dann hat das natürlich auch immer wieder Impact auf die Märkte. Und das ist halt natürlich der Punkt, je nachdem, in welche Richtung der Markt dann läuft, durchatmet, könnte es halt massiv mal über so einen Support, beziehungsweise unter so einen Support, über eine Unterstützung drüber laufen. Und das sind wichtige Marker, die wir hier an dieser Stelle auch mit drinnen liegen haben müssen. Das zum Euro-Schweizer-Franken. Und damit gehen wir dann gleich mal noch zur Handelsidee im Dow Jones. An dieser Stelle wie immer auch erst einmal der Blick in den Tageschart. Keine Sorge, wir machen nachher auch noch die anderen Indizes. Ich habe es ja auch gesagt, der DAX steht heute auch mit in der Rundumschau. Da gibt es eine interessante SKS und zwar in der Inversen-Formation. Aber zuvor gehen wir hier mal auf den Dow Jones. Wer sich das Bild anguckt, mag sich so ein bisschen erinnert fühlen, muss ich sagen, ja, an den letzten Herbst. Als ich das jetzt hier gesehen habe, da dachte ich auch, Oh mein Gott, jetzt geht das wohl schon wieder los mit diesem Hin- und Her-Getänzel. Wer es nicht mehr weiß oder sich nicht mehr genau daran erinnern kann, schaut euch das Ganze mal an. Im letzten Herbst hatten wir ewig dieses Gezappel hier oben zwischen knapp der 26.000 und hier unten der 24.000. Hin und her und hin und her. Das zog sich eine halbe Ewigkeit. Wir sind mal kurz oben drüber gelupft, dann wieder ordentlich drunter gefallen, nochmal oben drüber. Und dann kam der massive Move nach unten. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, das ist ein absolutes Déjà-vu, was wir hier haben können. Schaut euch das mal an. Nur mal so, ich habe es ja schon oft gesagt, der Markt spielt ein Bild sehr, sehr oft, nur in unterschiedlichen Märkten. Und hier haben wir das Ganze, ein Markt und das gleiche Bild. Und zwar, schaut es euch an. Das Ganze hier, das Ganze hier und hier schon wieder. Gucken wir uns das mal vom letzten Herbst an. Was haben wir gehabt? Einen schönen Aufwärtstrend haben wir hier gehabt. Was haben wir oben gehabt? Hier, schaut euch das mal an. Der Bruch dieses Aufwärtstrends. Was habe ich euch hier oben gezeigt? Was ist hier passiert? Der Markt hat diesen Aufwärtstrend gebrochen. Dann gab es einen massiven Schub nach unten. Was hatten wir hier? Einen massiven Schieb nach unten. Was gab es danach? Einen hin und her geplänkelt. Das hatte ich ja gerade gesagt zwischen diesen Marken. Was haben wir momentan? Einen hin und her geplänkelt. Das heißt, eine äußerst, sage ich mal, interessante, um das so zu sagen, Situation. Gerade im kurzfristigen Trading, mittelfristig lässt es sich schwierig machen, aber im kurzfristigen Trading geht da einiges. Das heißt, was kann jetzt gehen? Zwei Dinge haben wir auf der Uhr. Entweder eine Wiederholung von diesem Szenario, was wir hier bzw. hier schon wieder hatten. An dieser Stelle hatten wir hier das Geplänkel von hier nach hier, aber nicht ganz so übertrieben wie hier drüben. Jetzt haben wir das Ganze. Hier Nummer 1. Abreistrategie. Schafft es der Markt nicht hier oben drüber, dann haben wir die Chance, etwas weiter nach unten wieder zu laufen. Vielleicht geht ja heute der Verkaufsdruck auch los, weil wir am Montag Feiertag in den USA haben. Ich weiß es nicht. Wenn Schwäche reinkommt, definitiv im Auge behalten. Was macht der Markt oben in diesem Level um die 26.400 Punkte Marke? Prallt er tatsächlich ordentlich ab? Dann müssen wir einfach schauen, mal mit Blick auf den Tagesschat. Wir haben ein Tagestief von gestern bei knapp 26.000 Punkte liegen. Also hier, entschuldigt, 25.900. Also da haben wir das Low. Unten drunter haben wir noch ein weiteres Tagestief bei 25.629. Und dann natürlich den Support um die Marke von 25.300 Zähler. Das wäre das Thema Abreistrategie. Und wie schnell das von oben nach unten gehen kann, haben wir ja hier schon gesehen. Haben wir auch hier gesehen. Ausgeschlossen ist das nicht. Gibt es natürlich Dynamik nach oben. Schafft es der Markt tatsächlich, sich hier an dieser Stelle massiv nach oben zu schieben? Dann sind das Dinge, die wir hier auf der Uhr haben. Dann wäre das nächste Level, was wir hier haben, mal oben die knapp 27.075 Punkte Marke. Der Bereich also, als dieser Trend hier nach unten entstanden ist. Es bleibt im Dow sehr, sehr, sehr spannend. Und wenn wir uns das Ganze auch mal in den kleineren Zeiteinheiten anschauen, dann sehen wir auch, was hier momentan passiert. Schaut es euch das mal oben an. Wir haben es gehabt. Hier reingelaufen. Abrall und Schack nach unten. Nochmal reingelaufen. Rumgetingelt. Zack. Abwärtsschub nach unten. Gleiches hier oben. Schulterkopf-Schulterformation. Und hier bleibt es natürlich spannend, was jetzt passiert. Da könnte sich natürlich hier, ist der Aufwärtstrend der Markt entscheiden. Wir brechen das Ganze mal und laufen dann Stück für Stück nach unten. Das ist hochinteressant. Und bitte schaut einfach hin, was hier passiert. Der Aufwärtstrend in der Stunde ist hier aktuell intakt. Er könnte genauso gut nach oben traden. Das heißt, wir sehen dann hier dieses Bild Bewegung. Ich mache das mal grün. Da kann man es ein bisschen besser sehen. Dann kommt die Korrektur. Das ist das, worin wir uns gerade befinden. Das heißt, kleiner Augenblick. Ich glaube, so sehen wir es besser. Also hier an dieser Stelle nach oben. Jetzt haben wir hier Korrektur nach unten. Und wenn der Markt diesen Bewegungstrend einfach weiter nach oben fortsetzt, dann haben wir schon die Chance, oben drüber zu laufen. Und das Ganze hier etwas weiter nach oben mitzunehmen. Dazu muss allerdings der Markt mitspielen. Ansonsten, was passiert ansonsten? Wenn wir hier drunter laufen, dann haben wir hier diesen Bewegungstrend gebrochen. Hier haben wir ja das aktuelle Korrektur tief. Und dann haben wir die Situation eher für die Unterseite zu beleuchten. Und dann haben wir hier die Level, die ich schon gezeigt habe im Tagesschart, die wir ohne weiteres auch anlaufen können. Das haben wir hier im Dow Jones an dieser Stelle mit drinnen. Und damit die Handelsidee hier im Dow auch besprochen. Das muss man ja nicht kompliziert machen. Ich schaue jetzt mal kurz in den Chat hinein, ob wir Fragen haben auf Facebook. Deswegen schaue ich gerade auf den linken Monitor. Da habe ich aktuell keine Fragen. Jetzt schaue ich nochmal auf GoTo, ob wir da Fragen haben. Nein, da haben wir keine. Das heißt, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir jetzt hier einfach mal weiter mit der großen Chartbesprechung. Und dann gebe ich direkt weiter an den Dirk. Das heißt, wir schauen jetzt einmal in den DAX. Das hatte ich ja angekündigt. Im DAX haben wir aktuell eine inverse Schulterkopf-Schulterformation. Die sind sehr, sehr häufig gut aussagekräftig. Wir haben es gehabt. Ich habe auch darauf hingewiesen. Schaut es, hier oben ist er auch im Chart nach drinnen. Als der starke Aufwärtstrend hier zu Ende ging, hatten wir eine normale Schulterkopf-Schulterformation oben mit im System drinnen. Wir sehen es. Ich habe es noch einlaufen gelassen. Und hier hatten wir auch unseren Potenzial einfach mal ganz grob berechnet mit dem Measured Move an dieser Stelle. Und wenn wir uns das mal reingehen, hier unten ransetzen, wie weit der Markt gelaufen ist. Er ist sogar über den Zielbereich hinaus geschossen. Das hat uns der DAX hier oben gezeigt. Jetzt machen wir das Ganze mal hier unten an dieser Stelle, wo wir aktuell stehen. Schaut es euch an. Hier, Schulter, Kopf, Schulter. Das ist die inverse Variante. Hier haben wir die Nackenlinie. Da sind wir momentan direkt drinnen. Und das ist jetzt ein sehr, sehr interessantes Verfahren. Ein interessanter Punkt, weil wenn wir uns das Ganze jetzt mal ausmessen, hier einfach mal vom Tief zum Hoch und dann oben draufsetzen, hier, dann haben wir tatsächlich die Chance, ordentlich reinzulaufen. Und das sage ich mal, 12.400 Punkte könnten dort ohne weiteres drin sein. Die Frage ist nur, ob es der Markt spielen wird. Das ist der Punkt. Diesen starken Aufwärts-Move gestern, den haben wir bekommen, weil es wieder mal positive Nachrichten zum Thema Handelsstreit China, USA gab. China möchte tatsächlich an den Handelstisch zurück. Trump hatte das ja angekündigt. Jetzt haben wir es da. Und jetzt kommt es drauf an. Schafft es der Markt oben drüber? Und da stellt sich natürlich die Frage, es passiert an der Börse ja meistens das, was die meisten nicht erwarten. So. Und es kann sich wahrscheinlich momentan jeder oder wenige Trader können sich vorstellen, dass wir tatsächlich jetzt hier eine inverse SKS triggern und den Markt nach oben schieben. Und das ist vielleicht gerade der Punkt, warum es klappen könnte. Wir wissen es nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen. Auf alle Fälle sehr, sehr interessant zu sehen, wenn der Markt sich tatsächlich hier oben drüber stabilisiert und hier oben den Move weiter fortsetzt. Das wäre dann interessant. Wer jetzt nicht direkt den Ausbruch traden möchte, der wartet einfach auf einen Rücksetzer. Das kann man sehr, sehr schön auch sehen, was hier passiert, wie so ein Rücksetzer aussehen kann. Ich zoome es mal kurz etwas kleiner. Das heißt hier, das ist momentan die SKS, die wir triggern. Jetzt sind wir hier drinnen und wenn der Move oben drüber hinaus gelingt, kurz einfach skizziert, dann den Rücksetzer zu nutzen zum Einstieg und den nächsten Move nach oben mit ran zu nehmen. Also wenn wir tatsächlich abprallen, da ist etwas mehr Sicherheit da und das Ganze dann nach oben zu nutzen. Das sind natürlich Chancen, die wir hier auf der Long-Seite im DAX haben. Ansonsten das Bild übergeordnet natürlich weiterhin short, aber so eine SKS, die darf man nicht aus dem Auge lassen. Warum nicht? Ganz klar, wir sehen es, wenn wir uns den Trend mal anschauen. Wir haben hier den laufenden Abwärtstrend nach unten liegen. Wir hatten hier unten das letzte Korrekturtief liegen und jetzt haben wir hier mit diesem Schub nach oben, jetzt muss ich das mal kurz rausnehmen hier, damit wir das sehen. Was haben wir jetzt liegen? Wir haben ganz klar, das ist der erste Move nach oben gewesen. Danach kam die Korrektur. Wir haben ein höheres Tief geschrieben und jetzt sind wir in der Situation, dass wir mittlerweile einen ganz kleinen Aufwärtstrend hier auf Tagesbasis haben. Das heißt, wir sind leicht über dieses Hoch drüber gelaufen. Und wenn dieser Aufwärtstrend sich halt stabilisiert über dieser Marke, dann haben wir einen Aufwärtstrend auf Tagesbasis, der diesen Abwärtstrend gebrochen hat. Das heißt, wir haben einen validen Aufwärtstrend aus der SKS heraus und das hat dann schon Chancen, weiter nach oben zu laufen, weil wir einfach einen Richtungswechsel haben, den uns der Markt hier definitiv auch anzeigt. Hier das Ganze im DAX. Und dann schauen wir uns die Situation nochmal im S&P 500 an. Das heißt, hier auf dieser Seite müssen wir konstatieren, dass auch im Dow bzw. im S&P an dieser Stelle natürlich hier eine wichtige Marke drinnen liegt. Und zwar haben wir die hier oben. Kurz einen Augenblick, ich skiziere sie mal kurz ein. Da haben wir es hier, also da oben ist momentan der Deckel drauf. Also die Marke um die, sag ich mal, 2950 Dollar oben. Und unten drinnen haben wir auch ein Support Level. Das zeige ich auch gleich mal noch mit rein hier an dieser Stelle. Hier unten drunter, da hat der Markt immer wieder Unterstützung erhalten. Das sehen wir hier. Und wir sehen auch, dass der Markt hier hin und her pendelt. Und hier wäre es auch genau das Gleiche. Wenn der Markt tatsächlich oben drüber geht, dann haben wir die Chance, hier oben rein zu laufen bzw. oben drüber zu laufen, prallt er ab, die ganze Seite natürlich auch unten drunter. Das hier im Index. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier ist das gleiche Spiel, wie wir es vorhin im Dow besprochen haben. Wir müssen natürlich oben drüber laufen und hier das Ganze, sag ich mal, als Bestätigung bekommen. Und dann haben wir die Chance, hier oben rein zu gehen. Aber dieses Hickhack, dieses Zickhack, dieses Hin und Her ist sehr, sehr häufig momentan auch mit politischen Nachrichten bespickt. Das heißt, wir brauchen wirklich für das mittelfristige Bild, damit sich etwas ändert, die Bestätigung tatsächlich, dass der Markt hier drüber läuft. Ansonsten geht das Ping-Pong hin und her. Nächster Unterstützungsbereich sollten wir hier unten drunter unter die Marke von 2800 Punkte laufen, wäre der nächste Anlaufpunkt mal hier unten der Bereich um die knapp 2700 Punkte Marke. Wir bekommen hier noch eine Frage. Dow Short-Signal, DAX Long-Signal, ist das nicht widersprüchlich? Gehen wir noch mal ganz kurz auf den Dow hier oben rein. Wir hatten den Dow ja besprochen und wir haben im Dow an dieser Stelle ja kein Short-Signal. Wir haben hier im Dow die Situation, dass wir einfach oben ran gelaufen sind und hier an dieser Stelle die Chance haben, nach oben, oben drüber raus zu laufen. Das ist die Chance. Aber wenn wir tatsächlich abprallen sollten, dann bekommen wir das Abprall. Das wäre dann das Short-Szenario. Ähnlich wie wir das auch im DAX haben könnten, wenn der DAX tatsächlich an dieser Necklein wieder abprallt. Das heißt, das sind nicht zwangsweise zwei widersprüchliche Szenarien. Und dann haben wir ja auch immer wieder die Situation, dass der DAX relativ wenig mit dem Dow zu tun hat. Das heißt, diese Märkte können sich ja auch mal über eine gewisse Zeit unterschiedlich entwickeln. Gerade im kurzfristigen Bereich ist das nicht ungewöhnlich. Das können wir immer wieder sehen. Von der Seite her ist es halt gut, den Markt zu beleuchten und das zu traden, was der aktuelle Markt gerade macht. Und wenn wir hier mal den Dow mit dem DAX vergleichen, das Bild sieht ja ähnlich aus. Beide befinden sich an einem Widerstand. Beide testen diesen Widerstand gerade. Und hier haben wir bei beiden die Chance, dass dieser Widerstand nach oben überschritten wird. Genauso wie wir die Chance haben, dass wir abprallen und den Markt nach unten traden. Das haben wir hier da aktuell die Chance. Also so weit auseinander sind diese beiden Märkte dann auch nicht. Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle gebe ich gleich mal an den Dirk weiter. Ich mache das auch wie immer so, dass ich wie gewohnt auf Facebook jetzt noch ein zweites Video starte. Das heißt, der GoToStream läuft einfach weiter. Und hier auf Facebook mache ich eine ganz kurze Unterbrechung und bin direkt in zwei Minuten mit einem zweiten Livestream wieder dabei. Dann haben wir ein zweites Video auf Facebook stehen und dann kriegen wir das Ganze dort auch hin. Also wir bleiben hier am Ball und ich mache kurz hier eine Unterbrechung.